Ed Sheeran hat aufregende Neuigkeiten für seine Fans. In einem Interview mit Variety verrät er, dass sein neues Album bereits fertig ist. Und das Beste, es wird schon bald erscheinen. Musikalisch will Ed sich wieder verändern. Es fühlt sich an, als würde ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder zu großem Pop zurückkehren. Es ist ziemlich aufregend, sagt er. Es ist etwas mehr als ein Jahr her, dass der Musiker sein letztes Album herausgebracht hat. Er hat kürzlich den Song Under the Tree für den Netflix-Film That Christmas veröffentlicht. Doch damit nicht genug. Ed hat bereits zwei Musikvideos zu neuen Songs gedreht. Anfang nächsten Jahres plant er, zwei weitere aufzunehmen. Ende Januar setzt er seine Mathematics-Tour fort. Diese begann 2022 und läuft bis September 2025. Die Tour gehört zu den zehn erfolgreichsten Tourneen aller Zeiten. Ed freut sich darauf, seine neuen Projekte mit den Fans zu teilen. Er kann es kaum erwarten, wieder live aufzutreten. Außerdem hat er ein Weihnachtsprojekt mit Richard Curtis und Claudia Jessie angekündigt. Neben seiner musikalischen Karriere genießt Ed sein Familienleben. Der Sänger ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Trotz seines vollen Terminkalenders nimmt er sich Zeit für seine Familie. Trotz seines Ruhms bleibt er bodenständig und hält engen Kontakt zu seinen Fans.